Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar. NZZ Akzent Christoph, dieser Mann in diesem Video sucht ein bisschen spezielle Athletinnen und Athleten. Was steckt da dahinter? Genau, dieser Mann heisst Aaron Sousa. Er ist Australier und er sucht Spitzenathletinnen und Athleten aus fünf verschiedenen Sportarten. Das sind die olympischen Kernsportarten, Leichtathletik, Schwimmen, aber auch Kunstturmen, Kampfsport und Gewichtheben. Ich glaube, er ist ziemlich pompös jetzt in diesem Video. Genau, er richtet mit der grossen Kelle an. Das Video ist auch sehr professionell produziert. Man sieht da junge, durchtrainierte Menschen, die verschiedene Sportarten machen, sie boxen zusammen, sind beim Gewichtheben, beim Schwimmen, beim Laufen. Und Aaron Sousa sucht diese Athletinnen und Athleten für einen internationalen Sportwettkampf der speziellen Art. Er nennt sie Enhanced Games. Und Doping soll dort nämlich nicht nur erlaubt sein, sondern ist sogar erwünscht. This is your moment, via the heart of the story and shape the future of sports. Der Australier Aaron Sousa träumt von olympischen Spielen, wo Stereoide, EPO und andere Mittel erlaubt sind. Wie der Traum bald Realität werden könnte, erzählt Sportredaktor Christoph Krapf. Ich bin Antonia Moser. Christoph, wieso will Aaron Sousa olympische Spielen mit Doping? Für ihn ist Doping kein Betrug, sondern es ist Wissenschaft. Also sprich, es ist für ihn eine Möglichkeit, den Körper zu verbessern, also Enhanced, also erweitern, verbessern, auf ein neues Niveau heben. Und das hat er auch schon in verschiedenen Medien gesagt. Also eigentlich den Körper so weit verbessern, wie er es hergibt. Also man hört da, es ist ihm wirklich ernst, sagt er ja selbst. Ja, absolut. Dazu muss man wissen, dass Aaron Sousa, er sieht sich als Transhumanist. Und Transhumanisten, das sind Menschen, die wollen die menschlichen Grenzen verschieben. Also sei es psychisch oder physisch. Und sie wollen das erreichen mit Wissenschaft oder Technologie. Also Wissenschaft könnte zum Beispiel Arznei oder Dopingmittel sein, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und Aaron Sousa sieht in den Enhanced Games ein neuartiges, nie dagewesenes Spektakel. Und am Schluss geht es ihm eigentlich darum, er will aus Menschen Supermenschen machen. Was ist das für einer, dieser Aaron Sousa, dass er da Supermenschen erschaffen will? Er stammt aus Australien, ist 38 Jahre alt, hat Jura studiert, unter anderem an der britischen Elite-Universität in Oxford. Er hat dort auch Rugby gespielt und selbst viel Sport getrieben und ist dann als Unternehmer reich geworden. Er hat in Australien und im pazifischen Raum eine Vermögensverwaltung aufgebaut und diese Firma 2018 für ziemlich viel Geld verkauft. Aber wie kommt er jetzt zu diesem Transhumanismus, also zu diesem Ziel, die Menschen irgendwie zu verbessern? Ja, dieser Transhumanismus finde ich noch interessant. Das ist irgendwie so eine Denkrichtung, die sich unter anderem auch unter tech-milliardären jungen Leuten sehr erfolgreich verbreitet hat. Und diese Höchstleistungen, die treiben Sousa an, er will die Menschheit verbessern. Beispielsweise hat er einmal gesagt, er sieht Alter als eine Krankheit und nicht als ein Naturphänomen. Und diese Krankheit, die wird man heilen können, man muss nur einen Weg finden dazu. Ständig optimieren eigentlich. Genau, ständig optimieren. Er selbst, er trinkt keinen Kaffee. Er sagt Sätze wie, mein Körper ist mein Tempel. Aber Kaffee dann kein Doping? Ja doch, eigentlich ist der Kaffee das am weitesten verbreitete Doping der Welt. Ja, und mittlerweile ist er so weit, er hat sein Unternehmen verkauft, er hat wahrscheinlich genug Geld. Und jetzt will er mit diesen Enhanced Games nach eigener Aussage den Weltsport revolutionieren. Wann hat er denn mit diesen Enhanced Games gestartet? Das war im vergangenen Juni. Da gab es aber nicht irgendwie einen riesigen Auftritt, sondern da sind einfach in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos aufgetaucht, auf dem offiziellen Kanal der Enhanced Games. Und am bekanntesten in der Öffentlichkeit wurde ein Video, das einen Läufer zeigt, dessen Gesicht man aber nicht sieht. Dieser Läufer sagt von sich, I'm the fastest man on earth, der schnellste Mann der Welt. I am the fastest man in the world. Doch wer ab und zu Sport schaut und sich ein bisschen auskennt, weiss, dass eigentlich der schnellste Mann der Welt noch immer Usain Bolt ist, mit seinem 100 Meter Weltrekord. Aber in diesem Video von den Enhanced Games gibt dieser Läufer ohne Gesicht an, dass er den Weltrekord von Usain Bolt, weil er enhanced, also gedopt oder verbessert war, gebrochen hat. I have broken Usain Bolt's 100 Meter Rekord, but I can't show you my face. Come join me in 2024 at the first Enhanced Games and see me break the world record in public. Und die Öffentlichkeit sieht dieses Video. Wie reagiert man darauf? Ja, die Sportverbände, die Grossen, die waren natürlich nicht wahnsinnig glücklich darüber. Sebastian Coe, das ist der Präsident des Weltleichtathletikverbandes, hat gesagt, dass es ein Blödsinn sei. Der Präsident der amerikanischen Anti-Dopingbehörde nannte es eine gefährliche Clown-Show. Das internationale Olympische Komitee sagte, es werden Sportler, die an diesen Enhanced Games teilnehmen, lange sperren. Und sogar der amerikanische Präsident Joe Biden hat sich kürzlich geäussert. Und wie so Politiker es haben, er ist einmal besorgt vorerst. Wir sind gleich zurück. Christoph, die Enhanced Games stossen nicht gerade überall auf Begeisterung. Sogar Joe Biden ist besorgt. Was macht denn Aaron Sousa da? Also lässt er sich entmutigen? Nein, überhaupt nicht. Er lädt verschiedene internationale Medien zu einer Pressekonferenz ein, virtuell. Ich habe mich da auch eingewählt und da wollte sich Aaron Sousa erklären. Und was auffiel da, da war ein junger, adretter, sportlicher Mann, auch mit zwei seiner Mitstreiter zu sehen. Und wir haben dann Aaron Sousa verschiedene Fragen gestellt, auch kritische. Und was mir aufgefallen ist, er hatte auf jede Frage eine wahnsinnig gut klingende, simple Antwort parat. Er hat geschliffen geredet. Wahrscheinlich hat er das im Jurastudium in Oxford gelernt. Ja, und er hat sich da natürlich zuversichtlich gegeben, dass das im nächsten Jahr erstmals stattfinden wird und versprach dem Publikum ein riesiges Ereignis mit Weltrekorden und Höchstleistungen sportlichem Dank-Doping. Also alle wollen die Schnellsten sehen, die Langsamen will dann eigentlich niemand mehr sehen. Also da provoziert er auch ein bisschen, oder? Ja, total. Er richtet da halt auch rhetorisch mit der grossen Kelle an. Bezeichnend ist auch, er sagt ja in diesem Zitat, dass alle Städte sich darum reissen würden. Aber er hat bis jetzt noch nicht kommuniziert, wo diese Enhanced Games stattfinden werden. Bekommt er denn von irgendwoher auch Unterstützung? Ja, und sogar ziemlich viel Unterstützung. Er hat verschiedene Investoren präsentiert vor einigen Wochen. Der bekannteste davon ist Peter Thiel. Den werden manche Hörerinnen und Hörer kennen als Gründer von Paypal. Er hat, glaube ich, ein Vermögen von gut sieben Milliarden US-Dollar. Und Peter Thiel investiert Geld in die Enhanced Games. Und er beschäftigt sich aber auch mit der Aufhaltung des Alterungsprozesses. Da haben sich zwei gefunden. Genau, Peter Thiel hat ja irgendwie angekündigt, er werde sich nach dem Tod einfrieren lassen, bis man ihn dann wieder auftauen kann. Und auch Thiel gilt als Transhumanist, der mit allen möglichen Mitteln das Altern überwinden will. Und eine weitere Gemeinsamkeit von Aaron Zusa und Peter Thiel, sie haben eine tiefe libertäre Überzeugung, sie wollen keine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Also heisst das, Sie sehen zum Beispiel das Dopingverbot jetzt bei Olympischen Spielen als Einschränkung in die Freiheit? Ja, Sie finden, dass das eine Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Sie stellen sich auf den Stammpunkt, dass jeder Athlet und jede Athletin selbst entscheiden darf, was sie ihrem Körper zuführen. Sie sagen aber, dass das alles unter medizinischer Überwachung geschehen wird, dass die Athletinnen und Athleten offenlegen werden, was gespritzt, geschluckt wird. Und Aaron Zusa kommt zum Schluss für sich, dass diese medizinische Überwachung am Schluss sicherer sei für Athleten, als wenn sie irgendwelche gepanschten Medikamente zu sich nehmen. Aber ist das nicht auch ein bisschen schön geredet? Also ist Doping nicht auch irgendwie schädlich für den Körper? Ja, natürlich, weil im Grundsatz sind ja Dopingmittel in den meisten Fällen Substanzen, die konzipiert wurden, um irgendein körperliches Leiden zu heilen, aber nicht, um die Leistung zu verbessern. Und ich bin selbst kein Sportarzt, aber ich habe mit einem Sportarzt geredet, der für Swiss Olympic arbeitet. Und er hat mir gesagt, dass vielleicht unmittelbar während des Wettkampfs nichts passieren wird, aber dass halt die Langzeitschäden, die entstehen könnten, überhaupt nicht untersucht wurden bis jetzt. Und man überhaupt zu wenig weiss, was da alles noch entstehen könnte an körperlichen Schäden. Das steht doch irgendwie auch in Widerspruch, oder? Also zu D'Souzas Idee von immer länger leben, immer besser leben. Wie geht das zusammen? Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu seinem sehr speziellen Wissenschaftsbegriff. Weil er sagt ja in einem Interview, «Science is real», die Wissenschaft, die ist real. Und er sieht einfach die Pharmazie wahrscheinlich im weitesten Sinne als eine Möglichkeit, sein Leben zu verlängern. Und daran glaubt er tief und fest. Und da wird ihn auch kein Sportarzt davon abbringen. Also der bleibt dabei. Aber gibt es da auch genug Sportlerinnen und Sportler, die bei diesen Enhanced Games auch mitmachen wollen? Ja, offenbar gibt es solche Sportlerinnen und Sportlern, auch wenn bisher nicht viele Namen bekannt sind. Aaron Sousa sagt, er habe tausende Interessentinnen und Interessenten. Aber wir haben ihn ja schon ein bisschen kennengelernt. Er weiss sich auszudrücken und richtet gern mit der grösseren Kelle an. Kürzlich ist aber bekannt geworden, dass ein australischer Schwimmer das Aushängeschild sein wird. James Magnussen ist 32 Jahre alt. Er ist vom klassischen Sport kürzlich zurückgetreten, hat drei Olympiamedaillen gewonnen, immerhin. Und ist jetzt offenbar bei diesen Enhanced Games an Bord. Was sagt denn Magnussen, warum er da mitmacht? Also warum er da freiwillig bei Doping-Spielen eigentlich mitmachen will? Ja, er ist ziemlich ehrlich. Er sagt offen, dass das Geld ihn reizt. Er rechnet damit, dass er eine grössere Entschädigung bekommt von den Enhanced Games als von Olympia. Aaron Sousa verspricht beispielsweise für einen Weltrekord eine Million Dollar Preisgeld. Und für einige dürften die Enhanced Games auch reizvoll sein, weil sie von den Olympischen Spielen enttäuscht sind. Und dazu muss man wissen, dass längst nicht alle Teilnehmenden von Olympischen Spielen Multimillionäre sind. Das gibt es viele Leute, die nicht wahnsinnig viel Geld verdienen mit ihrem Sport. Und das kritisiert Aaron Sousa auch und sagt Erbietere die besseren Konditionen. Er ist ja ganz der Geschäftsmann hier. Aber irgendwie für so bessere Konditionen für die Sportler, dafür braucht es aber eigentlich kein Doping. Nein, braucht es nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch der Fehler, den Aaron Sousa macht. Weil ich finde ja gewisse berechtigte Kritikpunkte. Es ist so, dass im Internationalen Olympischen Komitee wahnsinnig viel Geld verdient wird mit diesen Olympischen Spielen. Und es ist aber auch so, dass viele Sportlerinnen und Sportler, die ja für diesen Erfolg verantwortlich sind, zu wenig am Gewinn partizipieren. Und Aaron Sousa sagt richtigerweise, dass hier eine Umverteilung stattfinden wird. Ich finde aber, weil er das mit dem Transhumanismus und dem Doping verbindet, dass dann dieser berechtigte Kritikpunkt irgendwie unter den Tisch fällt. Christoph, jetzt wissen wir aber, Aaron Sousa hat scheinbar Athletinnen und Athleten, die mitmachen wollen. Er hat auch viel Geld. Heisst das also, diese Enhanced Games, die kommen? Ich gehe davon aus, dass sie in einer Form stattfinden werden, weil ich diesen Mann als sehr zielstrebig und ziemlich immun gegen Kritik wahrgenommen habe. Noch ist offen, wo das stattfinden wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es in einem westlichen Land stattfinden wird. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass in Paris, London oder Sydney diese Enhanced Games stattfinden werden, weil daran will sich wahrscheinlich kein Industrieland die Finger verbrennen. Christoph, wirst du zuschauen, wenn es dann mal zu diesen Spielen kommt? Ich denke ja, aber aus journalistischem Interesse. Danke vielmals. Danke dir. Einen schönen Tag. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Nadine Landert. Ich bin Antonia Moser und auch ich sage, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich bin Antonia Moser, ich bin Antonia Moser. Ich bin Antonia Moser. Ich bin Antonia Moser.